Was kommen Sie in den Sinn? Wenn Sie an Technik denken, sind es Geräte wie Smartphones oder Elektroautos oder vielleicht künstliche Intelligenz? Was auch immer es ist, eines ist klar, dass sich die Technologie im Laufe der Jahre in rasantem Tempo weiterentwickelt hat. Eine solche Technologie hat das Goethe-Institut in Partnerschaft mit Black Rhino Virtual Reality den deutsch lernenden Schülerinnen an der Kaage-Mädchenschule zur Verfügung gestellt. Matta war hier beim Labor-Radio-Projekt mit Form 3, aber das ist eine neue Gruppe. Die sind Form 2, sie haben Deutsch nur für ein Jahr gelernt und wir hoffen, dass sie noch mehr von diesem Projekt auch oder diesem Workshop noch mehr lernen. Ich lasse das Thema als Geheimnis und sie werden uns sagen, worum es geht. Ist das klar? Ja. So in a two-day workshop, a group of 15 students here at Kaage-Gals High School conducted a workshop training and the goal of this workshop was to introduce the students to extended reality medium. Das bedeutet, dass sie verschiedene VR-Headsets gelernt haben, storytelling, production, verschiedene VR-Cameras solutions und viel mehr. Was ist das Unieke über dieses Medium called Virtual Reality ist, dass die Viewer tatsächlich hat eine 360-Spektrum zu sehen. Eine wichtige Sache, wenn es um diese Medien zu erzählen ist, ist die Möglichkeit, die Empathie und Sympathie aus dem Publikum. Denn mit diesem Medium, man hat sich die Möglichkeit, jemanden in jemanden zu nehmen und zu erleben, eine bestimmte Geschichte aus der andere Person. Kapitel. Das war ein Ausgang für das Training. Und was hat man die Fachzeuge als Vorfeld. Zudla? Wie ist es denn, wenn ich die Vorstellung mit der Vorstellung schwingen? Warum bist du vorgewöhn? Ich bin mir ein Job als Befreiheit. Ich war so viel auf das Geschäft. Bei meinen Vorstellung von VR-Heads, was mit der erste Unterricht. Ich konnte mir selbst in die Realität sehen. Ich konnte mich mich im Realität sehen, wie ich im Real World in der VW haltung als in die W attule. Es war wundere. Meine Erfahrung zu trainieren die Studierenden war sehr interessant, weil es nicht nur die Technik und sie durch eine Introduktion, wenn es um die Realität geht, sie hatten eine Chance, zu gehen in den Bildern, zu beobachten ihre eigenen Bilder, zu editieren und zu bekommen eine Möglichkeit, zu sehen ihre Outputs. Ich möchte mich bei der Schulverwaltung, bei Goethe-Institut, bei Black High Note Team bedanken für die Gelegenheit für dieses Projekt. Meine Schüler haben so viel gelernt und wir freuen uns auch auf weitere Projekte. Danke! Das gesamte Team ist zufrieden mit dem Workshop, den wir hier durchgeführt haben. Darüber hinaus haben wir die Zeit und den Austausch mit den teilnehmenden Studierenden sehr genossen. Wir sind in der Tat dankbar für diese Gelegenheit, unsere Fähigkeiten und Talente sinnvoll einzusetzen. Das Workshop-Training war intensiv und ging also sehr schnell vorbei. Es war eine flache Lernkurve sozusagen, aber wir haben trotzdem viel Spaß gehabt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Musik Untertitelung des ZDF, 2020